Das Video hat zum Ziel, dass du, wenn du eine PRM 9000 gekauft hast, als allererstes das Video schauen und hören und dann den PRM 9000 einsetzen kannst. Das musst du also nicht die ganze Bedienungsanleitung durchlesen. Ich werde dieses Video möglichst kurz machen und ich werde natürlich auf die einzelnen Funktionen im Menü eingehen. Das ist wie gesagt das Ziel. Aber ich werde nicht bis ins kleinste Detail alles erklären. Sonst würde das Video locker 2 Stunden dauern. Wenn du also immer noch Fragen hast, nachdem du das Video angeschaut hast, dann empfehle ich dir, die umfassende grosse Bedienungsanleitung unter genau dem Punkt, wo du Fragen hast, anzuschauen. Und dann sollte eigentlich die Frage behoben werden. Und wenn du immer noch nicht genau daraus kommst, was gemeint ist oder was du jetzt genau mit dieser Unterfunktion machen kannst, dann kannst du mir natürlich jederzeit anrufen oder ein Mail schreiben. Wie gesagt, das Video hat zum Ziel, dir die einzelnen Funktionen vom PRM 9000 näher zu bringen. Viel Spass! Als allererstes schalten wir den PRM 9000 ein. Dann switche ich relativ zügig durch das Menü. Ich erkläre kurz, was die Anzeige bedeutet. Und dann gehe ich in einem weiteren Schritt auf ein jeweiliges Menü, Punkt und Unterpunkt genau ein. Zum Anstellen, oder vielleicht zuerst noch, was bedeuten die vier Knöpfe, die du hier hast. Dieser Knopf hier oben rechts ist eigentlich der Hauptknopf. Mit dem du das Gerät ein- und ausschalten und mit dem du hier Sachen auswählen. Mit dem Knopf links davon, oben links, kannst du hier zurück. Das ist also quasi die Return-Taste. Und die unteren beiden Knöpfe sind eigentlich eigentlich selbsterklärend. Dort kannst du hier im Menü, innen, hoch oder runter switchen. Zum Einschalten, drauf drücken und wie die Anzeige schon sagt, drücken bis die Anzeige angeht. Und dann wird dir eigentlich als allererstes der aktuelle Messwert angezeigt, nach einer gewissen Zeit. Und das ist ja so, wie du es definiert hast. Du kannst Mikrosier pro Stunde, Counts per Minute und noch ein paar andere Sachen auswählen. Wenn du das Display, also die Anzeige ändern willst, dann nimmst du die untere, linke Taste zum Beispiel. Du kannst dann hier den Durchschnitt auswählen, Average. Das Maximum, also das Maximum, das gemessen worden ist, der grösste Wert, der kleinste Wert. Du kannst die totalen Zerfälle, die gemessen worden sind, anzeigen lassen. Und das bezieht sich immer auf die Zeit, seit das Gerät eingeschaltet wurde. Hier siehst du das Maximum. Und zwar siehst du hier, zu welcher Zeit das Maximum gemessen wurde und an welchem Datum. Wenn du das Gerät gerade einschaltest, ist natürlich der Wert, welcher es gemessen hat, der höchste Wert. Und dann wird das Datum und die Zeit angeschaltet. Die Anzeige macht eigentlich nur Sinn, wenn du das Gerät schon über längere Zeit eingeschaltet hast. Und schon ein gewisser Datensatz vorhanden ist. Dann kannst du die aktuelle Zeit lang anzeigen, das aktuelle Datum. Du kannst diese Zeit lang anzeigen, seit das Gerät eingeschaltet ist. Also es läuft jetzt seit einer Minute 55. Und du siehst genau, es ist in Stunden, Minuten, Sekunden und Tagen. Mit dieser Anzeige weisst du, wie lange das Gerät eingeschaltet ist. Und wie du das mit dem Average Wert vergleichst, kannst du hier abschätzen. Also du siehst eigentlich, das ist der durchschnittliche Wert während der Zeit, die hier angezeigt wird. Für gewisse Rückschlüsse, das ist eine sehr wertvolle Funktion. Und wenn du nochmal drückst, kommst du wieder an den Ausgangspunkt zurück. Das ist eigentlich die Elemente, die du anzeigen kannst auf der obersten Menüebene. Die Elemente, die du brauchst, um zu messen. Wenn du einmal oben rechts drauf drückst, kommst du in das Menü weiter hinein. Und zwar kannst du nachher in der weiteren Folge mit den unteren beiden Tasten die jeweiligen Untermenüs auswählen. Und zwar ist das zum ersten, das hier angezeigt wird, das ist der sogenannte Timed Mesher. Also der kannst du über eine bestimmte Zeit messen. Du kannst also definieren, 10 Minuten und dann tue es während 10 Minuten Messen und den Mittelwert über die 10 Minuten anzeigen. Und wenn du das Zeitpunkt nicht machst, kommt automatisch wieder zurück an Ausgangspunkt. Wenn du einmal drauf drückst, kommst du auf Set Units, dann kannst du die Einheiten einstellen. Noch einmal drauf drückst, kannst du allgemeine Einstellungen vornehmen. Wenn du noch einmal drauf drückst, kommst du auf das Menü Utilities. Dort drin kannst du weitere Einstellungen vornehmen. Das gibt dann noch das Menü Extern Audio Data. Also dort kannst du den Ausgang, den das Gerät hat, den Datenausgang, kannst du dort einstellen und genau definieren, was diese Funktion soll haben. Aber den kannst du eben für verschiedene Sachen brauchen. Das ist nicht nur ein Datenausgangs oder du kannst dort zum Beispiel auch Kopfhörer anschliessen. Aber du musst es vorher definieren, was es genau machen soll. Dann geht das Data Logging. Du kannst ja den PRM 9000 als Datenaufzeichnungsgerät brauchen. Die Funktion musst du aber vorher aktivieren. Und das machst du genau hier. Dann kannst du die Sprache noch einstellen. Und dann sind wir wieder bei Timed Measure. Hier gehst du dann wieder zurück zur Hauptanzeige. Dann kommen wir zum ersten Menüpunkt. Und das ist die sogenannte Timed Measure. Was nichts anderes bedeutet, als während einer bestimmten vordefinierten Zeit durchgeführte Messung. Der Sinn des Ganzen ist, dass du, wenn du nur eine ganz schwache Erhöhung der Strahlung vermutest, die du fast nicht nachweisen kannst, dass du das während einer längeren Zeit viel besser kannst. Das heisst, der Unterschied in einer Strahlungsmessung zwischen Ort A und Ort B ist über eine lange Zeit viel deutlicher wahrnehmbar oder erkennbar als während einer kurzen Zeit. Damit du nicht mit dem Stoppel nebendran stehen musst. Damit du genau die gleiche Zeit hast, die du an Ort A und an Ort B messen kannst, kannst du definieren, das Gerät soll jetzt während 10 Minuten, zum Beispiel während 5 Minuten oder während 90 Minuten messen. Und das macht das nachher und du die Messung genau nach dieser Zeit auch wieder abklemmen und dir den Wert anzeigen. Du kannst das Gerät, das irgendwo deponieren, während 30 Minuten messen lassen lassen. Du gehst dann wieder mal nach einer Stunde schauen, und kannst den Messwert abschreiben und notieren. Du machst die gleiche Messung an einem zweiten Ort. Und dann hast du quasi zwei Mittelwerte, einmal Ort A und einmal Ort B, die zum Beispiel während genau 30 Minuten gemacht worden sind. Und dann ist das dann viel mehr aussagekräftig, als wenn du nur kurz während 30 Sekunden messst. das ist also der Grund für diese Funktion. Jetzt gehen wir kurz rein. Wenn du diese auf dem Menü so angezeigt hast, wirst du einmal mit der Auswahl-Taste das Auswählen, dann drückst du dann unter links, damit du eine Stufe weiter rein kommst, und dann wieder oben rechts für auszuwählen, wie lange. Zum Beispiel 60 Minuten, 90 Minuten, 1 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, hast du das definiert. Wenn du das hier ausgewählt hast, solange du willst, ich sage jetzt, ich möchte einmal 5 Minuten, dann gehst du das unter. Bestätigen. Und drückst du dann nochmal oben drauf, um die Messung zu starten. Das zeigt dir dann hier an, dass du ein 5-Minuten-Intervall ausgewählt hast. Oben rechts zeigt dir, wie viele Minuten noch verbleiben und unten zeigt dir den Messwert an. Und dann zeigt dir nach einer Minute an. Also du musst jetzt eine Minute warten und dann zeigt dir jeweils nach einer weiteren Minute den Wert aktualisieren. Und am Schluss stoppt, so zeigt dir den Wert während dem ganzen Intervall den Durchschnittswert an, also in unserem Fall während 5 Minuten. Wenn du das stoppen willst, drückst oben rechts hin, Cancelled Time to Measure, Fragezeichen, und dann musst du auf das unteren, linken, drückli klicken und die Messung ist gestoppt. Und dann bist du wieder beim Hauptmenü. Der nächste Menüpunkt ist Set Units. Also da kannst du die Einheiten auswählen, die Messeinheiten. Und du musst du quasi aus der obersten Menüebene, wo wir jetzt drinnen sind, die Messebene, musst du hier rausgehen, drückst oben rechts drauf, dann kommen wir eigentlich ins Hauptmenü rein. Und dann kannst du hier unten nachher auswählen. Der Time to Measure haben wir vorhin angeschaut. Du musst einmal draufdrücken, dann kommen wir auf Set Units. Du musst es oben auswählen. Und dann kannst du oben rechts einfach immer draufdrücken, bis es das anzeigt, was du gerne willst. Also Microsive pro Stunde, counts per second, counts per minute, Microram pro Stunde, Millirem pro Stunde, und wieder Microsive pro Stunde. Und bei dem, wo du willst, bleibst du einfach stehen und drückst oben links zurück. Dann sind wir wieder im Einstellungsmenü. Und der Wert, wo du vorhin zuletzt geblieben bist, ist quasi damit definiert und ausgewählt. Ich gehe jetzt einmal zurück und dann sind wir eigentlich wieder dort, wo wir vorher waren. Ich habe vorhin ja schon Microsive pro Stunde ausgewählt und das zeigt es mir jetzt auch wieder an. Der nächste Menüpunkt, den wir zusammen anschauen, sind die allgemeinen Einstellungen. Dort kannst du definieren, ob der Beiber aktiviert oder deaktiviert sein soll und wenn aktiviert, wie laut. Du kannst ihn mittelmässig, ha laut, ausgeschalten oder leislich. Du kannst die LED aktivieren oder deaktivieren, das ist die hier in der Mitte. Du kannst den Alarm-Alarm anschalten oder wieder ausschalten. Du kannst hier die Warnschwelle vom Alarm definieren, und zwar für millierem pro Stunde. Das interessiert uns nicht mehr. Wir gehen jetzt weiter zum Microsive pro Stunde. Dort kannst du dann genau definieren, ab welchem Microsive pro Stunde Wert der Alarm losgehen soll. Ab Werk ist es bei 1,0 eingestellt, was in meiner Augen sehr ein sinnvoller Wert ist. Dann kannst du das Datum, Zeit einstellen. Du kannst hier definieren, ob das Display und das Hintergrund liegt. Immer sollen eingeschaltet sein, oder ob es nach einer gewissen Zeit ausgeschaltet sein soll. Und diese Zeit ist vordefiniert. Du hast drei Möglichkeiten. Bei Home ist es immer eingeschaltet. Fangen wir an beim Lowest. Dort aktiviert es einfach sehr schnell, nach ein paar Sekunden, das Hintergrundlicht deaktiviert und mit einer gewissen Verzögerung das ganze Display deaktiviert. Medium geht es etwas länger. Und bei Home ist es immer eingeschaltet. Und dasselbe kannst du dann auch machen bei External Power. Also wenn du ein Netzgerät angeschlossen hast, dann kannst du quasi das Gerät irgendwo aufstellen. Also der PRM 9000. Und du kannst eigentlich alles deaktivieren. Du kannst sagen, wenn du auf Lowest testen ein paar Sekunden hast du das Display ausgeschaltet. Du kannst den Ton deaktivieren. Du kannst die LED deaktivieren. Und du kannst das Gerät mit Netzanschluss betreiben. Und wenn irgendwer das Gerät sieht, weiss er gar nicht, dass es eingeschaltet ist. Weil es überhaupt keinen Ton und kein Mucks von sich gibt und das Display auch ausgeschaltet ist. Aber das Gerät eben im Hintergrund doch noch läuft. Der nächste Punkt ist Low Average Window. Den kannst du das Messfenster der Messdauer vom aktuellen Messwert definieren. Also auf der obersten Menüebene in der Messebene ist das der Current Wert. Also der aktuelle Messwert. Das wird immer über eine gewisse Zeit gemessen und der Mittelwert wird dann angezeigt. Und du kannst definieren, ob es während 5 Sekunden messen soll, während 20 Sekunden, während 10 Sekunden. Und je kürzer der Wert ist, wird die Anzeige wird natürlich schneller aktualisiert. Und du kannst das Gerät, wenn du zum Beispiel auf 5 Sekunden einstellst, viel besser als Lokalisierungsgerät brauchen. Also wenn du eine Strahlungsquelle lokalisieren willst, irgendwo du auch 5 Sekunden den Wert erneuern. Und du kannst damit viel mehr in Echtzeit so eine Strahlungsquelle aufspüren. Wenn du hingegen auf 20 Sekunden einstellst, dann musst du immer 20 Sekunden warten und dann kannst du ja kaum in Echtzeit quasi irgendeinen Raum abscannen nach Strahlung. Aber je höher der Wert hier ist, desto genauer ist natürlich die Anzeige. Und im Messmenü ist nachher die zweite Anzeige, die du auswählen kannst ist der Average Messwert und der zeigt ja eigentlich an der gemittelte Wert, solange das Gerät eingeschaltet ist, also über die gesamte Messzeit, wo das Gerät seit es das letzte Mal eingeschaltet wurde oder seit es eingeschaltet ist gemessen hat. Genau, und dann wären wir wieder am Ausgangspunkt und dann kannst du mit der oberen linken Tasten wieder zurück. Und das das Low Average Window ist eben wirklich für den Current Wert also für die Anzeige, die du jetzt hast und nicht für die Average. Es ist doch nicht verwirrend, es heisst zwar Low Average Window und wir können meinen, es ist eine Einstellung, die du für die Anzeige machst, es ist aber für die Current Anzeige für eine aktuelle jetzt vorhandene Messwert und das Fenster währenddem, dass es misst und während der Zeit, die es aktualisieren soll, kannst du eben bei Low Average Window einstellen und das definierst eigentlich für den Current Wert und den Average Wert, den kannst du nichts einstellen. also der Wert, den sie anzeigt, ist der Wert, wenn du das Gerät zum Beispiel jetzt schon seit einer Woche eingeschaltet hast, für eine Dauerüberwachung zu machen, dann ist das der Durchschnittswert von dieser ganzen Woche. Und der Wert, wenn du das Low Average auf 5 Sekunden eingeschaltet hast, ist der Wert von den letzten 5 Sekunden. und wenn du es auf 5 Sekunden eingeschaltet hast, dann schwankt der extrem, der zeigt mal 0.1.8 mal 0.1.0 und wenn es auf 10 hast, schwankt es schon weniger, wenn es auf 20 Sekunden hast, schwankt es am allerwenigsten. Gut, das wäre es zu den Einstellungen. Der nächste Menüpunkt, den wir zusammen anschauen, ist Utilities. Den kannst du hier Erweitere die Einstellungen vornehmen. In diesem Menü drin musst du einfach extrem aufpassen, dann kannst du Sachen löschen, vor allem, die du dann nachher eventuell bereist. Ich empfehle dir dringlichst die Bedienungsanleitung zu lesen, bevor du im Utilities Menü irgendetwas machen kannst. Der erste Punkt ist der, der eigentlich noch am wenigsten Folgen hat. Der ResetCounters Punkt, dort misst du alle aufgezeichnete Daten, die das Gerät eigentlich fortlaufend misst. Und damit der Mittelwert bildet, setzt du eigentlich auf 0. Setzen. Also mit Counters ist gemeint, die Anzeige von Current, die Anzeige von Average, die Anzeige von Maximumwert, von Minimumwert, und die Zeit, während dieser schon gemessen wird, all diese Sachen werden auf 0 gesetzt. Also jetzt zeige ich zum Beispiel hier bei Current 0.08μs an. Wenn wir jetzt ins Utilities Menü hinein gehen und ResetCounters drücken, und du hast gesehen, es macht es sofort. Du willst, wenn du dann hier bestätigen tust, den Befälle auszuführen, wird es nicht nochmal gefragt, sondern es macht es dann. Und das siehst du jetzt, auf 0 gesetzt. Und wenn wir weitergehen, ist alles 0 gesetzt. Natürlich die Uhrzeit und Zeit nicht, aber die Zeit während der aktuelle Messung durch, die hat es auch auf 0 gesetzt. Sorry, so muss ich das machen. Und dann sind wir wieder im Menü. ResetCounters, das kannst du eigentlich brauchen. Es ist im Prinzip das, was das Gerät sowieso macht, wenn du es ausschalten. Dann löschst du sowieso sämtliche Daten, damit du, wenn du es nächstes Mal einschalten wieder eine saubere Basis hast. Also sämtliche aufzeichnende Messdaten. Hardware Reset, da musst du extrem aufpassen. Das Gerät in Auslieferungszustand zurückversetzen. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, tut es ohne Vorwarnung sämtliche Einstellungen auf 0 setzen, die du gemacht hast. Also das Gerät ist einfach wieder so, wie du es ab Werk ausgeliefert hast. bekommen hast. Es ist nicht weiter schlimm in dem Sinne, aber es ist einfach ärgerlich, weil es Zeit braucht, um alles einzustellen. einzusetzen. Powerdown ist eine Einstellung, oder eine Funktion, die noch praktisch ist. Du kannst hier über die Untermenü über das Gerät ausschalten. also es ist eine weitere Möglichkeit, wenn ich jetzt hier drauf drücke, würdest du es einfach ausschalten. Eine weitere Möglichkeit, nebst der Standardmöglichkeit, wo du einfach hier drauf drückst, drauf bleibst und dann noch hier musst du bestätigen, um es auszuschalten. Kannst du es also auch hier ausschalten. Reset Counters haben wir gehabt. Hardware Reset, Powerdown. Und Load Default, da musst du auch aufpassen. Du hast auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt gerade eine weitergehe, nochmal eine. Du hast die Möglichkeit, das Gerät selber zu kalibrieren, also eigene Kalibrierdaten aufzuladen. Das macht aber keinen Sinn, weil du nicht das entsprechende Fachwissen hast und Equipment das zu machen. Aber die Funktion ist vorgesehen in diesem Menü. Und bei Load Defaults tust du quasi die Daten, die du im Kalibriermenü aufgeladen hast, wieder auf New setzen. Also tust du eigentlich die Werkskalibration wieder her. bei Load Defaults. Das brauchst du auch nicht. DisplayBudDC. Hier kannst du anzeigen, wie hoch die aktuelle Batteriespannung ist. Und aufgrund von dem kannst du abschätzen, wie lange das Gerät wahrscheinlich noch laufen wird. mit der Batterie. Also wenn du es noch unter 8 Volt ist, würde ich sie vielleicht mal ersetzen. Insbesondere dann, wenn du eine längere Einsatzplanche Und unten zeigt es dir an, jetzt hat es schon durchgewechselt, der untere Wert zeigt es dir einfach die Netzspannung an, die reinkommt. die gleiche Spannung. Also von diesem Utilities Menü, das ist wirklich ein bisschen gefährlich. Du kannst ein paar Sachen brauchen, ein paar nicht. Ich werde es jetzt noch mal erklären, ganz kurz. Reset Counters kannst du brauchen. Das lässt du dir einfach alle aufzeichnen und eine Messdaten löschen. Da hast du wieder eine saubere Basis. Harder Reset würde ich nur dann machen, wenn du das Gerät im Auslieferungszustand wieder zurückversetzen willst. Power Down kannst du auch brauchen. Du kannst einfach hier, es ist eine weitere Möglichkeit für das Gerät auszuschalten. Load Default wird in diesem Sinne nichts ändern. Also wenn du das Gerät nicht selber kalibriert hast, dann lässt du es einfach das hochladen, das schon drauf ist. Es lässt einfach die Werkskalibrierdaten wieder laden. Also wenn du nichts dort gemacht hast, wird es auch nichts ändern. Hier kannst du die aktuelle Batteriespannung anzeigen oder vom Netzteilchen. Das kannst du auch gut brauchen. das Calibrate-Ding würde ich gar nicht brauchen. Weil es kann sein, wie du da irgendetwas gehst, verändern. Wahrscheinlich ist das Gerät nicht mehr brauchbar und dann muss man mühsam wieder alles eingeben. Was nur in Zusammenarbeit mit dem Hersteller möglich ist. Also da wirklich Hände weg. Und das wäre es eigentlich schon gewesen. Du kommst nachher wieder mit dieser Taste zum Messmenü zurück. Der nächste Menüpunkt, den wir zusammen anschauen, ist der Datenausgang. Oder einfach der Ausgang. Und das ist der Anschluss hier für 3,5mm Klinken. oder auf Deutsch gesagt der Standard-Kopfhöreranschluss. Der Ausgang hat verschiedene Funktionen und du kannst im besagten Menüpunkt definieren, welche Funktion es soll sein. genau. Das ist der Punkt hier. Ich gehe nochmal schnell zurück. Also nach Utilities kommt gerade der Punkt. Und das heisst External Audio-Daten. Also du kannst durch Ausgang, durch Datenausgang definieren, ob jetzt dort Daten ausgeben sollen werden, welche das Gerät aufgezeichnet hat oder über das Audiosignal rausgehen soll. Das bedeutet, du kannst, wenn du das Audiosignal, also ich muss es nochmal anders sagen, durch den Ausgang ist standardmässig deaktiviert. So wie es jetzt angezeigt, ist er deaktiviert, dann liegt gar kein Ausgang, also er wird gar kein Signal an den Ausgang ausgeben. Wenn du noch aktivieren möchtest oder respektive wenn du eine Funktion brauchen willst von diesem Ausgang, musst du die zuerst aktivieren. Wenn du also einen Kopfhörer anschliessen willst, damit der Beeper vom Gerät leislig ist, also den kannst du deaktivieren und kannst zur gleichen Zeit hier das Audio aktivieren, dann hast du den Beeper quasi auf dem Kopfhörer und dann kannst du hier einen Kopfhörer anschliessen auf der Seite. zum Beispiel sagen, das soll leislig sein, das soll medium sein, oder das soll laut sein, genau gleich wie der Ticker vom Gerät selber. Aber wenn du das willst, musst du es zuerst aktivieren, sonst hast du am Ausgang kein Audiosignal drauf. Du kannst ein Pulssignal herausgeben, für gewisse Anwendungen. Du kannst den wie gesagt deaktivieren oder eben die Funktion aktivieren, wenn du die Daten vom Messgerät an die PC und damit an die Software übertragen willst. und wir wollen off standardmässig. Genau, das ist das Menü und du kannst hier wieder zurück ins Messmenü gelangen. Ein weiterer Menüpunkt ist der Menüpunkt Data Login, wie du den PRM9000 als Datenaufzeichnung nutzen willst. Also wenn du über eine gewisse Zeit messen willst und willst, dass die Daten aufgezeichnet werden, damit du sie später in der Software verarbeiten kannst, dann musst du im PRM9000 den Befehl zuerst geben. Und das machst du auch in einem Untermenü. Und zwar ist das das Menü Data Login. Hier kannst du als erstes definieren, ob es alle Minute soll ein Datensatz respektive ein Datapunkt aufzeichnen oder auch eine Stunde. Am meisten Sinn macht in der Regel alle Minute. Dann kannst du unter links draufdrücken, um noch gewisse weitere Einstellungen vorzunehmen oder Sachen auszuführen. Zum einen kannst du es hier, wenn ich es hier draufdrücke, starten. Du kannst eins weitergehen, aktuelle Status anzeigen lassen. Du kannst es hier einmal so an PC senden in diesem Format oder du kannst es im X-Modem CRC Format – frage mich bitte nicht, was das genau bedeutet – an PC senden, das sind die beiden Möglichkeiten zum senden. und hier sind wir wieder bei der Einstellung der Häufigkeit des Datapunktes. Hier kannst du es starten. Wir gehen jetzt wieder zurück. der letzte und auch der einfachste Minutepunkt ist der mit der Sprache. Du kannst nämlich einfach zwei Sprachen auswählen, Englisch oder Japanisch. Weil es der letzte Punkt ist, erreichst du eigentlich am schnellsten, wenn du die Drücktaste drückst. oder du kannst auch hier die Tür drücken, bis du am letzten Punkt bist. Jetzt ist Englisch ausgewählt, du kannst es auf Japanisch oder wieder auf Englisch stellen. Zurück gehen und das entsprechende, was du vorher gewählt hast, aktiviert. Und dann sind wir wieder beim Messmenü. Das wäre es gewesen zu den Einstellmöglichkeiten. von PRM9000. Das Video ist schon wieder viel zu lang geworden. Und ich bin mir bewusst, dass immer noch Fragen offen sein könnten. Wie gesagt, ich bin absichtlich nicht zu tief hineingestiegen und habe nicht alles erklärt. Weil das würde den Rahmen definitiv sprengen. Und ich tue mir vorbehalten, für die Zukunft eventuell nochmal so ein Video zu machen. Vielleicht einfach für einen ganz bestimmten Menüpunkt. aber dazu brauche ich zuerst Feedback von dir, von euch. Wenn ich genug Leute das wünsche zu einem bestimmten Punkt, dass ich dort ein Video mache, dass ich das nochmal eins zu eins erkläre, dann mache ich das. Aber sonst macht es eigentlich nicht Sinn, den riesigen Aufwand zu betreiben. Ich denke, zusammen mit dem Video, das du jetzt hier hast, anschauen und hören kannst, plus mit der wirklich sehr gut gemachten Bedienungsanleitung. Und zwar rede ich jetzt vom PDF, also von der ausführlichen Anleitung. Es sollte eigentlich möglich sein, dass du das Gerät vollumfänglich nützen kannst. Und wenn du Fragen hast, individuelle Fragen, dann schreibe ich einfach kurz schreibe. Ich tue in der Regel innerhalb von 48 Stunden antworte.